Gucken wir mal, ob wir was reisen können. So, dann nehmen wir hier doch erstmal Sporn mit oder? Ich habe Sporn sowieso dabei. Gut, dann nehmen wir erstmal ihr zwei und dann sagt er kurz immer an. Am besten immer ein bisschen Zeitversetze rausschicken und dann gehe ich erstmal mit dem Stück raus. Ich werde das Sporn nur dabei haben, habt ihr gehört? Ich habe das Sporn nur dabei. Ich spiele nur die Sickel und zwar, mehr spiele ich nicht. Na gut, ich nehme jetzt auch die Sickel und dann direkt. Neues Ziel, nehmen Sie die Zielbereiche ein und halten Sie die Stellung so lang wie möglich. Schützen nur Mr. Kreeb. Ah, die stehen noch auf der Treppe da oben nach oben zu denen, ne? Muss man was einnehmen erst. Ich bin bei C und bin weg. Ich war bei C und bin tot. Zwei Mann bei C, also das sollte bei A erstmal keiner sein. Genau, B haben wir. Das ist B. Und dann zu A. Vorsicht von der Seite, kommt bei B immer. Am besten bei B mal kurz einer noch bleiben. Ne, der Zattel. Das war ja noch nicht verbrechsam. Mal fast in freundlicher Hand. Ich bin auch schon mal knallrot, ich muss jetzt mal ganz kurz hier stehen bleiben. Vielleicht jetzt geht's weiter. Ja, war verloren. B. 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 Aktiviert. Kann ich das mal zu A direkt gehen? A. 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 B. 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 So, wir sind unterwegs, P.P. Ja, da muss man aber aufpassen. Jetzt steht ein Geschütz. Zwei Geschütze, ich mach ihn mal weg. Jetzt innen mach ich weg. Beide Geschütze sind weg. Sehr schön. Dann direkt wieder nach A zurück. Oh, nicht jetzt. Ja, fast drüber gefallen, ja. Scheiße, zu B kommen sie. Ich bin bei B. Ob wir spawnen? Okay. Zwei Halten, zwei Halten, dann kriegen wir den Schacht geschafft. Ah, B. Ah, ich bin erschaffen. Geht nicht. Richtung A. Oh, die haben einen Spawn direkt neben unserem Spawn bei B. Ach so, ja. Achtung, hier steht hinter dem Gerüst. Hinter dem Geschütz steht direkt einer und schießt in der Lücke drin. Bei A. Also aufpassen. Schade, hier steht ein feindlicher Hand. Oh, wir sind nur ein Tor. Die haben jetzt nicht. Ach, ich will mal den. Vorsicht, Granate! Geht nach A. Scheiße, der steht da hinten. Da steht ein Geschütz vom Hammer. Und links daneben steht er direkt. Ja. Bei A. Ich muss immer noch mal einen neuen Spawn zusätzlich setzen. Vielleicht, weil die Geschützer ein bisschen ungewöhnlich ist. Wollen wir beide dann direkt zu Hause rausgehen. Ja. Mich hat es geschützt erwischt. Charlie unter Kontrolle. Eine Minute noch. Wiederhole es eine Minute noch. Ach, jetzt habe ich geschraut. Zwei jetzt halt. Einer bleibt. Zwei bleiben immer bei C. Und der andere zu B. Dann. Ich bin bei C. Und der. Und der. Und der. Und der B. Das. Ja. B wird gerade eingenommen wieder. Ich glaube, es kommt Geschütz halt. B auch. Ich bin freier. So. Dann geht das in der Scheibe lang. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden bis aktiviert. Und der. Dann geht das nicht weiter. Er hat den Manns vor den Weg gemacht. Boah. Ich habe dich... Glammer steht links. 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 Das ist der Böder. Ah. Ich bin gepennt. Mary hat mich ja schon fünfmal erwischt. Hey. Ne. Dreimal. Scheiße. Jetzt haben wir verloren. So eine Scheiße. Und und... ... und... Das gibt's doch gar nicht, wir haben doch einen nicht gut unterwegs. Ja, aber das haben wir im letzten Moment versichst. Erledigen Sie so viele Hicks wie möglich. Oh, mehr. Was ist der cool, sind alle ebisch. Ey, der ist back, ey. Auflaufen, Granate! Ich hab abgetriegt, ich war mir wirklich klar. Ah, ist ja schön. Der Geschützturm ist aktiv und bereit. Wir brauchen einen gar nicht so weit zu gehen lassen, wir müssen hier wachen. Das gibt's gar nicht! Boah, der springt der hier runter und brennt. Der Kusi ist ja geil. Der war richtig 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 geil. Sooo, dann gucken wir doch mal an, ja. Ach, komm mal, seine Scheibe. 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 Da. Mein Spawn ist weg. Ah, ich bin schon gar nicht mehr. Ich kann mal neu vom Arsch. Oh, der ist da. Ich bin schon rausgezogen. Wir kommen schnell wieder rein in die Party. Ja, in die Party bin ich da drin, ja. Ja, ich schieße da wieder nicht. Warum nicht? Nein, Spawn schon wieder weg. Wir brauchen unbedingt noch einen Spawn. Also, es ist zu wenig. Du bist doch im Spiel noch drin. Oder bist du im Spiel rausgeflogen? Ich bin aus dem Spiel. Warte mal, ich versuche jetzt gerade bei dir beizutreten, genau. Du bist im Spiel. Ich schalte halt am Spot über uns an der Treppe auf. Na, na, teilen gesetzt. Nein. Kann man auch verloren. Kann man auch nicht wieder rein, bei dem Feld. Wieso kannst du nicht wieder rein? Das ist kein Platz frei, angeblich. Ach, hier, weil hier ist ein Schwänder mit drin. Dann können wir jetzt auch nicht kicken, ne? Ich weiß es nicht. Nein, ich kann nicht kicken. Weil das so eine offizielle Map ist. Der Schützturm ist abgesetzt. Wer ist jetzt draußen? Elektrofuchs, ne? Ja. Dann schreib mal die anderen an, dass wir abbrechen müssen, weil einer auch rausgeflogen ist. Und dann schreibst du den Duffel einfach kurz mal an. Die Wiederbedingungskrone ist nur unterwegs. Blitterkanate draußen! Und ja, jetzt werden wir hier drin haben. Ah. Das war jetzt doof, aber es bleibt ja auch nichts anders über. Vision verloren! Mehr Treffer für die Helga! Ist ja immer noch der Stadte da. Neue Befehle anritten! Bei mir schießt er gerade irgendwie nicht. Bei mir schießt er gerade irgendwie nicht. Bei mir irgendwie hängt es das Teil. Bei mir. Ich krieg es nicht hin. Ja, oder geh ganz einfach bei denen in die Party mal kurz rein. Eine Idee hatte ich auch gerade. Das werdet ihr doch machen. Die mal drehen auf ihre Party und wieder mit denen. Ja. So. Granate! Die Schützturm ist aktiv. Die Schützturm ist aktiv. Die Schützturm ist aktiv. Die Schützturm ist aktiv. Die Schützturm ist multi Liberation. Die Schützturm ist los. Die Schützturm zeich st Torres! Dein Austriker? Der ist hier Provost von derре answered. Die Schützturm ist aktiv. Das Fitness gut ist aktiv. Keine Wissperr. Und was haben sie gesagt? Ich bin wieder drinnen. Genau in dem Moment, wo ich drinnen war, bei dem ist der Spieler von sich rausgegangen. Jetzt komme ich wieder rein. Eine Sekunde noch. Jetzt müssen wir mal ein Pünktchen machen jetzt da. Das liegt hinter dir. Oh Gott, der ist trotzdem neu erwischt. Äh, wöne Scheiße. Äh, wöne Scheiße. Jetzt sind wir noch dabei. Wuh! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Der sitzt links neben dir, Bethlehem. Eine Minute noch. Wiederhole, eine Minute noch. So, das ist jetzt direkt da. Noch 30 Sekunden. Noch 30 Sekunden. Oh Gott. Komm, ich lau vom Mittler. Ich muss schnell mit dem Ding eigentlich. Ja, du bist jetzt bei unserem Abfahrt. Obwohl, das muss eigentlich in andere Richtung. Und das grüne Viering ist. Ja, das ist auch so klein mit meinen entzündeten Augen. Ich glaube außenrum, außenrum. Wir müssen jetzt raus und landen außenrum, ja. Super. So zu erledigt, oder? Ja, ja. Sie haben Selbstmord begonnen. Das hat Schlange nicht mehr. Ach ja. Ach ja. Ach ja. Es gibt doch jetzt diese Scheißgeschütten. Das ist mein Stor wieder weg. Ja, meiner ist auch weg. Aber ich kann gleich noch einen. Ich bin nicht mehr aufgeladen, aber es sieht echt aus. Ach. Jetzt geht es schon fähig. Ach, die Medikation ist ja. Schauen wir ein. Ach ja. Gut. Ja, dass wir uns dann fähig sind. Ach ja. Ach, der Schwickengeschütz. Auch. Kommt nicht mehr dran. Und ja, Seide. Steht immer noch bei A. Da hat man spawn jetzt Alter, Fehler hätte ich Fehler hätte ich nicht Ach nee, oder? Ah, das ist ein Kacke, eh, das auch. Ah, ich probiere noch ein Kacke, ne? Oh, blablabla, blablabla. Bei B steht einer und wacht mitten im Bot. Oh, meiner schießt nicht, das gibt es doch nicht. Ja, das ist bei mir aber auch heute ganz, ganz tolle. Dass er nicht schießt. Ah, da ist auch was gegenseitig weggepowert, Mary und ich. Also ich habe versucht B scharf zu machen, aber da stand... Alpha-Ladung platziert. Elfabrone wurde eingesetzt. Nachladen. Hast du? Nachschau. So, A geht hoch. Komm dann mal schnell zu B rüber. Bei B brennt. Auf geht hoch. Jawoll. Ich mache den Check. Sehr gut. Das Ziel wurde zerstört. Ich wiederhole, wir haben das Ziel zerstört. Der ist nun bei A, der Hammer. Ich habe keinen Spawn setzen. Späte bist du eigentlich drauf. Hau ihn um, hau ihn um, hau ihn um. Ja, ja, ja. Ich bin wert hoch. Ach Schei, Alter, ey. Der ist doch Hammer, echt. Hammer, der ist doch Hammer. Der Fall hat die Alpha-Ladung aktiviert. Alpha entschallt. Bravo-Ladung klar. Bravo-Ladung klar. Wir sind Bravo-A auf der anderen Seite. Gehen wir nach Bravo, bleibt mal einer. Beide Team haben wir eh nicht gehalten, aber wenig. Nee. Wir müssen vielleicht immer eine gehalten. Aber da verlieren wir trotzdem 3 zu 2. Aber das ist ja jetzt immerhin. Das sind wir 4 zu 1. Ach fuck, da steht der in der Ecke. Sehe ich den nicht. Also A wird gut abgeschützt. Der RB wird gut abgeschützt. Das können wir auf die Linken lassen. Aber A. Kommt mal her, Alter. Das steht schon mindestens immer in diesem Rendellzimmer. Ja, ja. Mach ich nicht. Die Schilde sind aktiviert. Die haben hier auch einen Stinker hingeschmissen. Vorsicht. Ja. Elfer Drohne abgesetzt. Oh Gott. Mit der Schilderen hat er sich nicht gehalten. Uweig nicht abschuldigen. Uweig nicht! Was ist die Schilderen? Uweig nicht! aber bei uns Da sind dann klar. Ah, da ist die Hände vorhanden. Oh, die kommen von hinten. Ah, der Bau kann voll ab. Zu sich. Ah, jetzt kommen sie von der Seite. Oh, der ist bei A dran, der ist bei A dran. Und immer noch einer von Hammer, der Hammer ist immer noch da. Die haben Spornrecht. Die haben keinen mehr. Hilfe, wo wir bereit machen. Ja, 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 ja. Nein. Nicht. Nein. Oh, scheiße. Hat er mich auf den Null, hat er mich. Oh. Warte, knapp. Du findest erstmal die Erde. Boah. Oh. F**k, einer ist hier schon wieder her. Der Gast hat immer noch nicht geschossen. Das sieht doch ganz komisch aus. Der Blacky hier. Hi Blacky. Zurück von Maik Angoda, wie das heißt. Vom Maik Ang, ja. Ich war heute nur mal bei mir auf Arbeit, hab mal geguckt, ob sie irgendwas brauchen. Dann bin ich wieder nach Hause und hab heute nichts gemacht. Wir haben heute gegrillt beim Entschwagern. Getrunken. Wieder getrunken und gegrillt. Jetzt ist sie hier, halt krampfhaft mit meinem Patten in der Hand. Ich geh nach C. Ich bin mit auf C und setz hier einen Spawn-Up. Bei C. Jo, hier an der Ecke. Dann warte ich noch in meinem Spawn. Ja, warte du mal noch, ich hab meinen gerade abgesetzt direkt bei C. Ja, boah scheiße, ihr seid dann im Turnier, ne? Ja. Ja. Ich setz meinen jetzt oberhalb von B ab. Ich kann da oben auf den Spawn. Na, wir sind dann bei Atom. Kann ich ja gar nicht beigетыchten. Aber ich kann euch ja hören. Die sind alle bei A. wir haben jetzt gerade ich muss mal schnell das ist aber schlecht im krieg seit ihren führung alle in Ahnung ach das schwankt die Leute rein rein so wo sind die denn alle sind die alle weg von denen ich seh gar keinen mehr ich isch mich gerade die wollen uns ärgern und verarschen oder was auch immer so 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 bei wem spielt denn der hammer mit bei Mary ach da oben oben noch so 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 C ist alles voller Bots äh zwei Bosse liegen bei C rum äh bei A rum A und B du musst dich noch mal dohlen jungen ja ja wir haben keinen gespawnt wir haben keinen gespawnt wir haben den egal hoffs mal raus hoffs mal raus hoffs mal raus ja wie also war das auch nicht gesehen Ein Hammer habe ich nicht gesehen. Ach, die kommen von A runter. Kommt, Jungs, schwenk euch an, ey. Da gibt's doch schon alles, Wind. Gibt alles. Und noch schnell. Ich gehe Richtung B. Genau, B. Ich kann da nicht rein, mein Stinker steckt da. Die Drohne ist in der Luft. Aua, 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 Aua. Wow, gut. Jawohl, jetzt haben wir C. Genau, jetzt haben wir alles. B ist noch gerade eingenommen. Ach, 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 ach. B ist hier. Nein, B ist noch safe. B ist alles aktiviert, dann geht alles drüben. Wusik, komm, du mal. Ja, komm, bei A. Ach, nee. Okay, das wird sich leider richtig versauen. B steht noch. C ist gerade in. Da kommt gerade einer runtergerannt, vorsichtig. Ja, lassen rein. B steht noch ein B. Halt ein B. Halt ein B. A, und hier haben wir. Halt ein B. Wir brauchen nur die beiden halten. Ja, das sieht aus. Boah, das ist ja in der Sonne. Ob ich die Führung habe, was ist denn hier los, ey? Wir haben keinen Spawn. Wir haben keinen Spawn. Wir haben keinen Spawn. Ich schmeiß einen raus. Ach, fuck. Ich muss jetzt keinen eingesetzt. Der ist nicht über Scheiße. Das ist ein kurzen Bot drauf. Jetzt sind wir weg. Was müssen wir machen? Eine Frage. Ja. Ich hab alle noch mal einen. Ich setz jetzt schnell noch einen Spawn und dann ist mal schneller laufen. So, bei unserer Frage ist einer. Oh, ich falle heute komplett vorbei. Ja. Ja. So eine Scheiße, Mann. Ich bin ein Idiot, ey. Mein Spawn ist weg. Ich hab die Barke. Und ich werd verfeuert. Die Barke Bergung ist da. Das ist ein bisschen zurück, ne? Ja, ich war auf der 3. Ich bin der falsche. Ich hab den auch noch. Ich hab den zu zweit beschossen. Oh, ich hab den abgegeben. Ich bin der Schild. 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 Ich bin der Schild.